Musik Moin Freunde, was geht ab heute zum neuen Video auf meinem Kanal? Ich bin's, die ClipWaffle und ja, das wird jetzt meine allererste Runde werden. Wir gehen hier mit dem super freshen, naja, weiß auch nicht, mit dem super Charakter hier rein und ja, mal schauen, wie die erste Runde so wird, ich bin gespannt. Let's go. So, geht los, erste Runde. Und, ich wundere, wie das hier aussieht. Oh, das ist leid, kein Zeug, stimmt, immer noch nicht. Alle sind hier am Sprinten über die Map. So, ich kenn die Map, ähm, noch nicht. Ich hab die nicht in der Beta gespielt, ich glaub, die gab's aber trotzdem schon. Das fängt ja schon mal sehr gut an. Oh, Digga, das läuft so gut. Oh, vielleicht auch nicht. Zeig mal her. Also, erste Runde läuft, oh, da hinten ist Lightning auch schon. Guck mal, wo spot man denn hier? Man muss ja nur einmal abhaimen hier. Ich bin schon direkt tot. Oh, was sind das denn hier für Spots? Also, ich merk schon wieder, Boden, Krieg ist nur ein Baum, und ich meine Map. Also, da ist der erste Kill. Ich höre ich doch noch jemanden schießen, wo sind die alle? Was ist denn hier noch dabei? Warn, oh, die kommt dann auch hoch. Ich hab den Kill gemacht mit der Granate. Geil. Nein. Ah, ich merk auf jeden Fall noch. Was schreibt er denn hier? Was ist denn hier los? Ich hätte eigentlich noch Bock, ausgibt hier irgendwie eine Drohne oder so. Was ist das denn hier? Ich schaue genau rüber hier. Da weiß ich schon mal, was ich jetzt die Drohne ausgestanden habe. Ne, er squeaks. Boah. Alter. Was sind das hier für Gegner? Was ist denn das für Gegner? Boah, der 90. Kann man ja auch mal an hier, äh. Ausprobieren. So, das ist meine. Und hier hoch. Oha. Oha. Alter, das ist ja ein richtiger Schummler-Modus. Oh, guckt euch das mal an. Was ist das denn? He. Ah, wo die Drohne? Äh, ne. Oh, Mist. Ich bin immer der so. Oh, immerhin den bekommen. Oh, mein Gott. Wechseln! Ähm, der die normalen. Die spielt. Hier, TDR im Herrscher. Oh, schnell los. Die ganze Zeit. Feindliche Drohne aktiv. Oh. Okay. Ich glaube, ich sollte mal öfter rechts lang laufen. Läuft schon viel besser. Was sind das denn alles? Was ist denn das? Oh. Feindliche Drohne aktiv. Oh. 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 Hier ist die Bot. Find ich auch ehrlich. Ich will das hier per Boxen. Oh. 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 Junge, die snipen hier aber auch krass um die, äh. Hallo, teammate. Hallo? Okay. Verbündete aerosolbomben unterwegs. Oh, ich weiß nicht, dass du mich blockiert hast. Nein, komm. Ich brauche es. Wechsel im Magazin. Feindliche aerosolbomben nähern sich. Hast du das Gefühl? Wir sind online. Das Magazin ist echt mega schnell leer. Feindliche Drohne neben uns. Was stanziert ihr denn da hinten lang? Hinten da rein? Oh. Wo? Wahrscheinlich. Zeig mal her. Aufgestopzt. Hm. So, wo rennen wir die Kinder runter? Unter mir, oder was? Ah. Ach, Heavy ist unterwegs zum Einsatz. Er ist da. Ich lade nach. Für die Woche. Er sitzt selten immer noch neben seiner Palme, äh. Gestartet. Okay. Wollen wir mal dem Teammate hinterher? Oh. Super. Boah, Alter. Wie kann man die Treppe denn noch langsamer runterlaufen? Boah. Erstmal stehen bleiben wir auf der Straße. Ein bisschen gucken. Ich hab'n. Ich hab'n. Ich hab'n. Die ganzen... Ich hab mich schon mit der Banker... Da war keine Ahnung... Och, die mit der Drohne! Aussammeln! Guck mal direkt die Drohne ein... Vielleicht ein bisschen schlau um zu gehen zu gehen... Oh, ich glaub nicht... Was ist denn da so laut? 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 Was? Was? Verbündete Drohne im Einsatz! Guck mal hier den... Raketenwerfer! Entwicklung! Oh, fast beide bekommen! Schaade! So, wir haben hier noch... Was ist das? Marsch-Full-Körper! Die Führung gehört uns! Boah, wie lange haben wir denn da? Ich glaub das geht bis 1.500 oder so... Ich hab... Ehrlich gesagt keine Ahnung... Ah, Fatsache! Äh... Ich glaub wir hauen den Marsch-Full-Körper mal jetzt raus! Boah, diese Steuerung! Hier richtig! Genau ins Ziel! Der Fall liegt in der Führung! Ein mitgenommen! Die war doch gut! 50 Schuss! Boah, sag mal, was ist denn los hier? Boah, sag mal, was ist denn los hier? Ich muss aber sagen, vom Spülgefühl und so weiter her... Es fühlt sich echt gut an... So klar, wie in der Meter... Boah, was denn hier los? Ausfussion! Oah... Lade nach! Feindlicher Jaggerlord... Ach, ich schauen da an hier... Boah... Was soll ich denn in der I-M-M-M-M-M-M-M-M... Da steht er... Ja, ich muss... Was ich noch sagen wollte... Ähm... Vom Spielgefühl... Klar, wie bei in der Beta aber... Hehehehe.. Was ist das für ein letzter Kill? War mit dem Panzer überfahren. Ein Zweierquote. Naja, was ich noch sagen wollte. Es fühlt sich alles natürlich ähnlich wie in der Beta an. Aber ich muss jetzt schon sagen, nach der ersten Runde, es fühlt sich auf jeden Fall knackiger an. Und der Waffensound und die Hitmarker. Ich muss sagen, das feiere ich alles schon ziemlich. Vom Spiegelfühl auch eigentlich sehr gut. Also, ich kann mich da eher weniger beschweren. Es gab ja viel Kritik am Anfang, aber... Naja, ich muss sagen, nochmal jetzt zur Vollversion, um die Nummer einen Tick, was verbessert. Also in meinen Augen, für mein Gefühl. Jetzt geht der Grind richtig los, ich freue mich. Boah, ich habe richtig Bock auf das Spiel. So, das war es mit dem Video. Ich bin noch relativ unerfahren, was das angeht, mit längeren Videos schneiden. Ja, lasst mir gerne da ein bisschen Feedback da, damit ich mich verbessern kann und so weiter. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich das irgendwie wissen lasst, wie ihr das Video fand und was man noch so verbessern kann halt. Ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen chilligen Tag. Haut rein!